Heute findet unser Family Park Quiz bei einer Fahrt mit der neuesten Attraktion des Parks statt, dem durchgedrehten Wirbelsturm. Da geht es ganz schön wild zu. Ob man sich da gut auf die Fragen konzentrieren kann? Wir werden es gleich sehen. So, wir fahren jetzt mit dem Christiano mit der Florentina. Hallo, jetzt geht es gleich los. Bist du bereit? Ja, ich denke schon. Dann fangen wir jetzt an mit den Fragen. Wie heißt unser Maskottchen? Eine Katze. Wie viele Hektar hat der Family Park? 3, 14 oder 19? Was schätzt du? Dann würde ich 14 schätzen. Wie viel ist 8 x 7? 8 x 7? Das ist eine schwere Frage jetzt. Dann die letzte Frage. Wer will die zänkischen Bauersleute verlassen, weil sie so viel streiten? Ist das das Schwein oder die Kuh? Die zänkischen Bauersleute sind einfach das Schwein. Okay, danke schön. Bitte. Okay, Lina. Bist du bereit? Ja. Ja? Was für ein Tier ist denn unser Maskottchen? Kappen. Wie viele Themenwelten hat der Family Park? Fünf, drei oder vier? Fünf. Wie heißt unsere schnellste Achterbahn? Gettoblitz? Mhm. Wie viel ist 8 x 7? Äh, sechs. Okay. Und in welcher Themenwelt befindet sich das Geisterschloss? Kannst du auch sagen, ich weiß. Okay. Dankeschön. So, wir haben die Fahrt geschafft. Das Quiz ist vorbei. Wie hast du es denn gefunden, das Quiz? Ja, sehr schön. Auch wenn ich nicht alle Fragen so gewusst habe, aber... Wie hast du die Fragen gefunden? Schwierig oder leicht? Schwierig. Ja. Und als Geschenk von uns bekommst du zwei Tageseintritte für den Family Park. Toll. Super. Bitteschön. Hast du dir verdient. Danke sehr. Habt ihr euch beide verdient. Wir werden wir ganz sicher einlösen, weil das ist wirklich toll. Bitteschön. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank.